Was ist gegen den Ex-Verein? Natürlich ist es gegen den Ex-Verein jedes Mal ein spezielles Spiel. Es haben sich sehr, sehr viele Freundschaften, gute Freundschaften entwickelt in der Zeit in Graz. Und ja, natürlich freue ich mich sehr auf die Rückkehr. Ich glaube, das hat man auch in der Hinterrunde gegen den DRK gesehen, dass wir durchaus Momente hatten, wo wir sehr gut mithalten können. Ja, und mit ein bisschen Spielglück kann man in der 2. Liga in Österreich, das weiß jeder, jedes Spiel gewinnen. Unterstützt uns bitte weiterhin tagkräftig. Wir brauchen euch jede Minute Unterstützung. Es soll laut im Stadion sein. Ja, und dann fahren wir auch die Siege sicher wieder ein. Liebe Vienna-Familie, unterstützt uns am Freitag um 20 Uhr gegen den DRK in Graz. Wir freuen uns.